Wie machst du das nur, Miele? Dieser Body ist schon 40. Dieser Körper kann doch unmöglich schon 40 sein? Kann er doch! Miele Hunziker, 40, trotzt aktuell den kalten Wintertemperaturen und genießt lieber die Sonne auf den Malediven. Und nicht nur das. Mit ihrem neuesten Post beweist die TV-Beauty außerdem, auch mit 40 kann man noch schön knackig sein. Sexy-Kurven, flacher, durchtrainierter Bauch und kein Gramm Fett zu viel, nur im Bikini bekleidet posiert die Blondine am Strand vom Indischen Ozean und lächelt in ihrer Instagram-Story lasziv in die Kamera. Kein Zweifel, die gebürtige Schweizerin könnte glatt für 20 durchgehen. Wie macht das nur? Offenbar ist diese Modelfigur nicht nur ein Resultat guter Gene, sondern auch harte Arbeit. Bereits im November letzten Jahres verriet die Dreifach-Mutter im Promiflas-Interview, Sobald ich kann, trainiere ich sehr viel und mache Fitness, weil ich es liebe, zu essen. Ich trainiere, damit ich viel essen darf. Das ist mein Motto. Ein Motto, das sich ganz offensichtlich auszahlt. Das ist mein Motto, das ist mein Motto.